So, willkommen zurück bei Dirt Rally. Ja, ich habe keine Ahnung, es ist schon Ewigkeiten her, als ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, es hat sich ein bisschen was getan. Ich habe Dirt Rally nämlich seit der letzten Aufnahme ein bisschen privat weitergespielt. Einfach damit ich das nicht so komplett verlerne. Also ich habe keine Meisterschaft oder irgendwas gespielt, ich habe einfach immer nur die Online-Events gemacht. Deswegen habe ich ein bisschen mehr Geld. Aber wir befinden uns da, wo wir zuletzt aufgehört haben. Genau, mit unserem Opel Manta auf der Strecke mit No Moreland. Und der Unterschied ist aber, dass, ach du Scheiße, ist, dass der Opel Manta, den wir hier fahren, jetzt voll geupgradet ist. Ja, das ist nämlich passiert, logischerweise, als ich mit dem Online-Rennen gefahren bin. Und, ja, also das habt ihr jetzt leider nicht miterlebt, aber es ist nämlich so interessant in dem Spiel, wie das Upgraden funktioniert. Du musst einfach nur Kilometer fahren. Ja, dann habe ich noch einen neuen Teamleiter, also ein weiteres Teammitglied eingestellt. Lauter so Sachen halt, also im Prinzip eigentlich nichts Besonderes. Wir befinden uns immer noch hier jetzt, ähm, genau, Group B Heckantrieb. Ich habe ja gesagt, in diesem Let's Play möchte ich einfach mal aus jeder Serie ein Wagen testen und eine Meisterschaft mit jedem Wagen fahren. Und am besten möglichst voll upgraden. Und privat werde ich dann das Spiel dann noch weiter spielen, bis ich alle Autos voll geupgradet habe. Das Problem ist, Codemasters ist mir dazwischen gefunkt und hat sich einfach mal gedacht, ach, guck mal, der Typ da, ne, der möchte da Dreadly Fertig spielen. Hat aber nicht so viel Zeit und, ja, keine Ahnung, Dreadrallye ist ja gerade erst mal ein paar Monate draußen. Wir shoppen, wir kündigen schon mal Dread4 an. Das kommt nämlich im Juni diesen Jahres raus. Und das ist gar nicht mal so, ist gar nicht mehr so lange hin. Für mich als YouTuber jetzt. Weil ich habe ja auch noch einige Folgen, Dreadrallye. Ähm, wir haben heute den 27. Januar, dann könnt ihr mal gucken, wie weit es im Voraus ist. Ich denke mal, zwei Monate im Voraus wird schon sein, zwei, drei Monate. Ja, und das bringt mich jetzt ein bisschen unter Zeitdruck, was Dreadrallye angeht, weil ich möchte halt am besten 100 Folgen erreichen und, ähm, euch auch alles zeigen, ja, das, was ich mir vorgenommen habe. Und ich würde halt dann auch gerne mit Dread4 weitermachen. Weil Dread4 soll nämlich genau wie Dreadrallye sein, nur, äh, verbessert. Und, also Dread4 wird nicht ein Arcade-Ableger wieder, so wie es Dread3 war. Und, ja. Sondern das wird tatsächlich wie Dreadrallye, nur mit mehr Umfang. Weil man muss ganz ehrlich sagen, dieses Spiel, ich weiß nicht, es bietet extrem wenig Umfang für das, dass es Vollpreis ist. Muss man echt mal sagen. Und was das allercoolste an Dread4 ist, es gibt einen Random-Generator für Strecken. Und das ist für ein Rallye-Spiel absolut genial und absolut neu. Und ich finde, das ist die Revolution. Ich weiß nicht, bei der GameStar, ich habe das Video gesehen, und da haben sie so gesagt, ja, also der Editor ist gar kein Editor, ist ja blöd. Das ist einfach nur ein Zufallsgenerator. Da habe ich mir gedacht, what? Ein Zufallsgenerator. Ich meine, das bietet dir unendlich Möglichkeiten, ähm, ja, dieses Spiel zu fahren, äh, zu spielen. Gerade bei einem Rallye-Spiel macht es so Sinn, die Strecken nicht zu kennen. Und ich meine, wenn eine Strecke random entsteht, das ist dann natürlich keine original-nachge-, äh, original-getreue. Aber es gibt diesen Überraschungseffekt, dass du diese Strecke nicht kennst. Und genau das ist ja das, was auch die Rallye-Fahrer nicht wissen. Wie ist die Strecke? Wie funktioniert diese Strecke? Und das, finde ich, ist eine extrem coole Idee. Und, ja, da gibt es noch mehr Modi. Hill-Climb-Modus wird es nicht mehr geben, soweit ich jetzt weiß. Aber wird nichts gesagt. Es wird jetzt wieder diesen, diesen Truck-Modus geben, wo man, äh, so... Ach, ich sehe einfach nichts, wenn... ...dieser scheiß Spritz, was in meinem Gesicht hängt, äh. Und ich bin richtig scheiße, plus 35, boah. Da kriegt man ja richtig, äh, jetzt... Na, nee, sag ich jetzt nicht. Nee, äh, jetzt ist blöd. Da kriegt man ja richtig... Keine Ahnung, da fängt man einfach an zu kotzen, wenn man das sieht. Äh, Platz 6, Alter. Und, äh, oh, aber trotzdem in der Gesamtwertung um 1 gestiegen, weil der Rest wahrscheinlich kacke war. Ähm, ja. Genau. Welche Folge sind wir denn jetzt? Folge 61 müssten wir sein, oder? Ja. Oh, das wird echt knapp mit Dat 4. Ich... Ich hoffe, dass es Ende Juni rauskommt. Weil sonst schaffe ich das echt nicht. Naja, nee, ich muss Dirt Rallye ein bisschen pausieren. Und... Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mega den Bug in Dirt Rallye. Weil in den Patch Notes steht drin, dass Update 1.23, 1.23, äh, rausgekommen ist. Mit Verbesserungen und Bugfixes und allem möglichen, tralala. Aber mein Spiel ist auf Version V1.22. Und Steam sagt, ich habe keine Updates. Ich glaube, ich muss Dirt Rallye mal neu installieren. Alter, Heckantrieb ist so... Kotz, Alter, boah. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, äh. Insgesamt an den Opel Manta 400 muss ich mich wieder dran gewöhnen. Weil es ist echt ein Auto, das hat so eine ganz spezielle Steuerung. Die, äh, realistische Steuerung der Wagen bleibt in Dirt 4 auch erhalten übrigens. Wurde sogar noch ein bisschen verbessert. Und, ähm... Ja. Genau. Also wirklich eigentlich alles eins zu eins aufs Dirt Rallye übernommen und noch mit mehr Features erweitert. Das soll jetzt noch einen verbesserten Karrieremodus dann geben. Und, ähm... Das heißt, dass du halt mehr in der Karriere tust, als einfach nur Meisterschaften fahren und dein Team aufbauen. Da soll es irgendwie noch mehr was geben. Ähm... Es soll, äh, eine... Eine Fahrschule geben. Dass du halt wirklich lernst, wie das Spiel funktioniert. Und nicht nur durch so ein paar behinderte Videos, wie hier in Dirt Rallye. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Dirt Rallye so ein Ableger ist, der eigentlich mehr nur als Test gedacht war. Ja, für folgende Teile. Und Dirt 4 ist jetzt diese Umsetzung, die sie mit dem Dirt Rallye-Test quasi, also, äh, gemacht haben, äh, entsteht. Weil dieses Spiel kam Early Access raus. Äh, das ist sehr ungewöhnlich für Codemasters. Und... Ich denke einfach, dass dieses Spiel wirklich... Das sollte eigentlich nur ein kleiner Test sein, ob... Wie die Leute das finden, so. Und Dirt 6 über Kuppel vielleicht Sprung. Und... Dieser Test ist geglückt, und deswegen wurde Dirt 4 realisiert, so wie es jetzt ist. Denke ich mir. Weil... Ich weiß nicht. Es ist halt komisch, dass halt nach Dirt 3 Dirt Rallye kommt, und dann Dirt 4. Na gut, zwischen Dirt 2 und Dirt 3 war ja auch... Ne, zwischen Dirt 3 und Dirt Rallye war ja auch Dirt Showdown. Aber ich frage mich halt, ob das auch fortgesetzt wird. Ob es vielleicht irgendwann Dirt Showdown 2 gibt, oder ein Dirt Rallye 2. Weiß ich halt nicht. Wo man sagen muss, die alten Dirt-Teile, die waren ja... auch so ähnlich wie das hier. Das waren ja auch richtige Rallye-Spiele. Und dann sind sie immer mehr... äh, ins Arcade, äh, reingerutscht. Mit den Rallye... äh, mit den Dirt-Spielen. Dirt Showdown war ja, glaube ich, nur noch, ähm... so, 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 so... Ich weiß nicht. So ein, so ein... wie so ein Streetfighter, nur mit Autos irgendwie. Oder liege ich dann... verwechsel ich da die Spiele? Ich glaube, ich verwechsel da zwei Spiele. Ich weiß nicht. Wie war denn Dirt Showdown? Auf jeden Fall, ich hab mal ein Vergleichsvideo gesehen. Also mein Kumpel, äh, also ein Kumpel von mir hat mir ein Video geschickt, wo Dirt 3 mit Dirt Rallye verglichen wird von der Grafik her. Und... da war ich schon auf dem ersten Augen... äh, ersten Moment so ein bisschen perplex. Weil Dirt 3 tatsächlich auf den ersten Blick besser aussieht als Dirt Rallye. Und ich finde, Dirt Rallye sieht nicht schlecht aus. Mir ist aber aufgefallen, dass es einfach nur daran liegt, dass das Spiel besser aussieht, obwohl es von 2011 ist, muss man sagen. Einfach nur wegen dem hohen Kontrast, den Dirt 3 hat. Während das hier alles einfach nur so ein bisschen grau in grau ist, halt... diese Grafik ist halt fotorealistisch, die Dirt Rallye hat und Dirt 3 ist eine ganz normale Spielgrafik. Deswegen sieht das auf den ersten Blick schlechter aus. Oh je, Leute. Da müssen wir auch noch... Okay. 5 von 6. Boah, ja stimmt. Wenn wir Dingens haben, wenn wir klappen sind, dann müssen wir ja 6 Rennen insgesamt machen. Eieieiei. Das dauert natürlich ein bisschen länger dann. So, Fahrzeug reparieren natürlich. Alles wieder auf 100%. Und da sieht man halt auch schon, dass wir eben einen weiteren Techniker angestellt haben. Auf jeden Fall, ich freue mich sehr auf Dirt 4. Es wird bestimmt ein klasse Spiel. Codemasters ist so gut wie selten zuvor. Sie haben Formel 1 und 16 rausgebracht dieses Jahr. Sie haben dieses Jahr Dirt Ready rausgebracht, ja. Das sind beides total tolle Spiele. Formel 1 spiele ich halt nur nicht, weil Formel 1 mich einfach nicht interessiert und ich Formel 1 stinkend langweilig finde. Deswegen spiele ich das Spiel nicht. Aber an sich finde ich es gut gemacht, ja. Und es gab ja immer so eine Schwächephase von Codemasters, ne. Grid 2, Grid Motorsport, so diese Zeit 2012, 2013, so. Und dann auch zuletzt dann im Jahr 2015 mit Formel 1 2015, was ja ein totales Bug-Debakel war. Formel 1, 2013 war nicht so gut und das 2014er hatte auch schon sehr, sehr viele Bugs, wo dann 15er ja die große Hoffnung angekündigt wurde und gesagt wurde, ja, da gibt es keine Probleme und Bugs und so. Und dann war es noch schlimmer als das 14er. Und ja, mit 2016 haben sie dann jetzt wieder ein richtig gutes Formel 1 Spiel rausgebracht und der hat mich gefreut. Was jetzt viele schon kritisiert haben, ähm, bei Dirt 4 ist eben der technische Sprung von Dirt Rallye auf Dirt 4 nämlich gar nicht. Also das Spiel sieht wirklich fast genauso aus wie Dirt Rallye von der Technik her, also von der Grafik und so. Es gibt natürlich neue Strecken und so und ähm ja wird es natürlich geben aber vielleicht kommt da ja auch noch ein kleiner Grafik, ein kleines grafisches Update. Ähm ich weiß nicht, ob das wieder abfotografiert sind, ob es wieder eine fotorealistische Grafik ist bei Dirt 4. Dazu habe ich einfach einfach zu wenig gesehen. Ich habe nur gesehen von der Wüstenstrecke den Content und da ich nicht weiß, wie es in der Wüste in Wirklichkeit aussieht, kann ich auch nicht sagen, ob das fotorealistisch war oder nicht. Hier kann ich sagen, das ist fotorealistisch, weil ich kenne eben diese Wälder. Aber ich bin halt kein, keiner, der in der Wüste lebt, ne. Deswegen weiß ich, kann ich das nicht genau beurteilen. Aber ich fand doch allgemein, dass es ein bisschen besser aussah auf den ersten Blick. Kann natürlich auch sein, weil es Wüste war. Wüste sieht immer allgemein geiler aus. Ähm Obwohl, es kommt drauf an. Farbenfroher sah es halt aus, das Spiel. Aber das kann halt, wie gesagt, nur daran liegen, das mit dem roten Sand und so, ne. Deswegen, ähm, ich lege mich auf nichts fest und außerdem interessiert mich die Grafik überhaupt nicht. Ich, äh, fand Dirt Rally auch grafisch immer sehr ansprechend und das finde ich auch weiterhin. Ähm, auch wenn einige meinen, dass die Grafik veraltet ist und so, also das kann ich überhaupt nicht zustimmen. Das sieht, das ist, äh, das ist super gemacht. Die, das Spiel läuft super, es sieht gut aus und es spielt sich super. Was willst du mehr? Was willst du mehr? Sprung Kehre links, 100 Verkehre links Na, das ist doch mal eine bessere Zeit jetzt. Na, das ist natürlich jetzt besonders scheiße gelaufen. Äh, auf dem letzten Meter noch 15 Sekunden drauf bekommen. Sonst wäre ich bestimmt besser gewesen. Oh, das ist jetzt ärgerlich. Ich glaube, ich muss längere Dirt Rally Folgen machen. Sonst schaffen wir das nicht mit, mit, äh, mit allem zeigen und so. Ich meine, es gibt ja auch noch den Heal Clamp Modus, obwohl da muss ich dann halt nur ein Auto zeigen, weil Heal Clamp ist eine Gruppe. Aber es gibt auch noch drei Gruppen, von jeweils, äh, Motocross, aber das ist ja auch nicht so viel Aufwand, weil, das nur, weil ich da nur ein Rennen fahren muss. Ich, weiß nicht, ich finde insgesamt der Rally Modus in diesem Spiel ist einfach das Königlichste, was es gibt. Aber ich finde auch hier merkt man, dass das Spiel eigentlich fast nur ein Test war. Ich meine, der Heal Clamp Modus, der bietet halt nur eine Strecke. Was ist mit weiteren Strecken? Und da merkt man halt einfach, ja, da wurde gemerkt, der Heal Clamp Modus, ja, den mag keine Sau. Also ich glaube nicht wirklich, dass irgendjemand den Heal Clamp Modus nur spielt. Und deswegen haben sie auch keine Maps nachgeliefert für diesen Modus. Und ich frage mich immer noch, wo zum Teufel die 60 Stunden herkommen, die ich in diesem Spiel verbracht habe. Mittlerweile schon. Ich weiß nicht, die sind so aufgeteilt über die Jahre. Ich weiß nicht, wann ich das Spiel gekauft habe. Wann kam es denn in Early Access? Anfang 2015? April 2015, soweit ich mich erinnern kann. Und raus kam es dann Anfang 2016, oder? Wenn ich mich jetzt nicht irre. Perfekt. Rechts 6, Kuppe, 130. Rechts 6, in Vorsicht, links 6, mittig halten und übersprungen. In rechts 4, Land. In Achtung, links 6, Land. Über Kuppe, Sprung. Rechts 5 und rechts 5, Land. In links 6, Land, über Kuppe. Perfekt. Was ich auch total krass fand. Ich habe jetzt, äh, letztens ein Video gesehen, wo ein Rallye-Fahrer, ein Profi-Rallye-Fahrer, oder mehrere Videos, wo Profi-Rallye-Fahrer halt, äh, zum ersten Mal in ihrem Leben, vielleicht möglicherweise sogar zum ersten Mal in ihrem Leben, ein Spiel spielen. Und dieses Spiel ist nichts Geringes als Dirt Rallye. Und, äh, die haben halt da so ein volles System aufgebaut, halt mit drei Bildschirmen, sodass du rundum Sicht hast, also ein realistischeres Sichtfeld. Ähm, dann natürlich mit Lenkrad, Gaspedalen und mit einem Schaltknüppel, der so ähnlich ist wie in Rallye-Fahrzeugen. Also quasi halt nur wirklich, äh, eine richtige Simulation aufgebaut. Und der Dirt, äh, der, der Rallye-Fahrer, zum ersten Mal hat das Spiel gespielt, und der ist so gut gefahren durch das Spiel, äh, der ist durch das Spiel durchgebreddert wie sonst was. Ich hab echt gestaunt und da war mir klar, dass das Spiel eins der größten Rennspielmeisterwerke, äh, ist, die es bis jetzt gibt. Weil, ich glaube, niemand zuvor hat es hinbekommen, ein so realistisches Fahrgefühl, äh, auf die Reihe zu bekommen, wie hier in Dirt Rallye, wenn ein Rallye-Fahrer wirklich das Gefühl hat, er steuert wirklich seinen Wagen und ist voll in seinem Ding drin, dann Respekt. Also, da war ich wirklich sehr, sehr geflasht, muss ich sagen. Also, da war echt, äh, fand ich ganz schön krass. Im positiven Sender. Und jetzt weiß ich auch immerhin, warum zum Teufel manche Leute so sausau gut in dem Spiel sind. Das sind wahrscheinlich dort, äh, das sind wahrscheinlich Rallye-Fahrer. Da hast du natürlich dann keine Chance, als Gamer, wenn das Spiel so auf Realismus ausgesetzt ist. Gamer sind eher eigentlich so, weiß nicht, dafür bekannt, so was, was Unrealistisches zu wollen. Oh, 72.000, boah. Vertrag abgelaufen. Müssen wir mal gucken, dass wir den Vertrag wieder verlängern. So, genau. Ja. Den hier, den hab ich halt jetzt, ähm, ja, auch noch eingestellt. So, da haben wir einen weiteren Bonus-Slot. Ähm. Französische Fahrzeuge, italienische Fahrzeuge, das ist alles, brauche ich gar nicht alles, die ganzen Boni, also, ähm, genau, der Herr ist, das ist noch ein 3.800er, der G. Anderson. Ich werde auch irgendwann, werde ich natürlich das ganze Team ersetzen durch, aber guck mal hier, Bonus-3, Wangen mit Allradantrieb, das ist natürlich extrem geil. Das gucken wir dann, wenn wir einen neuen Wagen haben, der auch dann tatsächlich abgegradet werden muss. Aktuell haben wir ja unseren, ähm, Opel Manta und ich bin jetzt echt am überlegen, ob wir vielleicht den Wagen wechseln wollen, weil, ähm, ja, ich weiß, ich wollte eigentlich nur von jedem einen Wagen zeigen, aber jetzt bin ich den halt schon die ganze Zeit gefahren, aber der Lunge, der lässt sich auch scheiße steuern, muss man sagen, der lässt sich scheiße steuern, deswegen lassen wir es. Ich werde von jedem nur, in diesem Display von jeder, von jeder Serie nur einen Wagen zeigen und da, bei dieser Linie bleibe ich erstmal, auch wenn es jetzt natürlich schwachsinnig ist. So, Young, Sprint umgekehrt, okay. Gut. Fahrzeug Setup, ja. Genau, und hier kann man wieder auf Standard umstellen. Einstellungs-Slot, ja. Wir bleiben, wir bleiben bei Standard. Logischerweise, ich bin, dafür bin ich nicht Profi genug, dass ich wirklich, ähm, mein Auto auch für mich anpassen kann, so konfigurieren kann. Ist dann wieder für die Profis gedacht. Die Steuerung vom Opel Manta ist für einen Heckantrieb echt, äh, eigentlich ein Traum, muss man sagen. Aber das wollte ich gar nicht scheiße. Ich wollte eigentlich, äh, Kupplung treten. Weil ich finde, bei Heckantrieb ist es ganz schlau, einfach mal, während man in der Kurve ist und ein bisschen Gas gibt, einfach mal die Kupplung durchzudrücken, so dass quasi die Reifen halt, äh, wieder Grip bekommen. Weil eben das Gas ganz kurz weg geht. Falls die Reifen durchdrehen, äh, hören die das dann auch, das zu tun. Das hilft ganz gut eigentlich bei Heckantrieb. Na komm. Na komm. Jawohl, grüne Zeit, aber mit einer Sekunde übrig. Das werde ich natürlich jetzt wahrscheinlich nicht halten können, die ganze Strecke über. Nächsten Sektor werde ich wahrscheinlich in den Minus geraten, weil dafür bin ich einfach nicht gut genug, um hier wirklich jetzt die Maximalgeschwindigkeit rauszuholen und das ist auch wahrscheinlich gar nicht so gewollt. Aber ja, ich bin hier viel zu langsam an der Stelle, hier hätte man eigentlich anders durchfahren sollen und auch können, aber, das habe ich nicht hinbekommen. Obwohl es ist Schnee, das muss man mitbedenken, da können sie nicht davon ausgehen, dass man immer Fullspeed erreicht. Ah. Rechts 3 halb, Platz 40. Links 2, Innen halb. Rechts 4. Links 4, macht auf, über Kuppe 80. Achtung, links 5, über Kuppe, Sprung, berläuft über Kuppe 100. Das könnte ich sogar schaffen, wenn ich mich anstrenge. Rechts 2, lang. Ah ja, jetzt ist es vorbei. Links 2, Innen halb. Jetzt ist es vorbei. Naja, egal, das ist auch immer noch gut, eine Sekunde. Langsamer als der, als der Erste. Ich habe echt einen Vorteil, dass ich anscheinend immer als Letzter fahre, weil so kann ich immer sehen, ähm, welche Zeit der Erste gefahren hat. Rechts 4, über Kreuzung 40. Rechts 6, über Kuppe, und links halb, über lange Kuppe. Kuppe und rechts 4, über Kuppe Welle. Links 5, kleine Kuppe 100. So. Links 6, Kuppe vielleicht sprungen 80 Welle. Ach du Scheiße, ich hasse es. Geraden, gerade sind halt schlimmer mit Heckantrieb irgendwie. Ich weiß auch nicht warum. 100 über 2 Kuppe. Ich weiß es echt nicht. Manchmal in bestimmten Situationen, natürlich nicht immer. Zum Gas geben, ist eine gerade Strecke eigentlich ideal. Rechts 5, links 3, Eck nicht schneiden. 60, Kuppe vielleicht sprungen. Rechts 3, durch Senke Kuppe. 8 Sekunden. Das ist eigentlich immer noch saugut für eine so schwierige Map wie Schweden. Kleine Kuppe, Welle, 40, Achtung, links 2. Das ist eigentlich immer noch echt gut. 60. Ich muss mal sagen. Rechts 5, über Kreuzung 40. Wo ich nur keine falschen Fehler machen. Macht auf, über Kreuzung. rechts 4, innen halten 40. Rechts 4, rechts 4, halb lang. Hier, okay, ich könnte natürlich schneller fahren, aber ich will einfach safe gehen. Na komm schon, oh Mann. Ha, immer dieses Schnee, das rutscht man aus die ganze Zeit. Oh je. Na komm schon. Rechts 3, links 5, 40. rechts 5, land über Kuppe. Mach zu bis 3, 60. Rechts 5, über Kuppe, vielleicht Sprung. Links 5, land durch Welle, Senke. 40, über Kreuzung. Rechts 3, 40 durch Senke. Bis Ziel. Ach, leck mich doch, ey. Noch am Ende verkackt, ey. Naja, hätte es schlimmer können gekommen, auf jeden Fall. Ja, der Finne ist natürlich erster, das ist klar. Oh, war Schweden gar nicht so gut abgeschnitten, ey. so, Björn Klangen kommt als nächstes dran. So, Jangen Sprint, ah ja, wieder Elixion. 4, 3, 2, 1, Vorsicht, Kuppe, rechts 6, lang, mach zu, 40. Achtung, gerade über 2, links 4, über Kuppe, vielleicht Sprung, Welle, Senke. Links 5, über 80, über Welle, und große Welle, 40. Und hier lang, rechts 5, ja, ok, ja, gut, ich, Achtung, links 5, über Kuppe, Welle, 6, lohnt es sich das jetzt noch über ein Thema anzufangen? Nee, eigentlich nicht. Links 5, lang, mach zu, über Kuppe, was könnte ich denn mal erzählen? Vorsicht, links 5, über Welle, rechts 3, über Kuppe, 80. links 4, und Kuppe, 60. Tja, da gibt es nicht viel zu erzählen, anscheinend. Mir fällt gerade nichts ein. links 2, halb lang. rechts 3, macht drauf, hängt nach hausen, 40. Außer anzumerken, dass diese Map sau schwer ist. Achtung, links 5, über Kuppe, 40, links 3. Aber wenn er die perfekt drauf hat, alter, der hat schon Swag, muss man sagen. rechts 4, halb lang, macht zu, Ach Mann. blöde, scheiß Heckantrieb, und Schnee, alter, wer hat sich denn, wer hat sich Heckantrieb ausgedacht, alter? Es hätte schon immer Allrad geben müssen. Es macht überhaupt keinen Sinn, nur ein, ein Reifenbar anzutreiben. Wenn dann schon Frontantrieb, alter. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie so ein Frontantrieb-Verfechter, seitdem ich dieses Spiel habe. Keine Ahnung warum. Hängt vielleicht damit zusammen, dass ich mit Heckantrieb mich immer mega aufrege. Weil Heckantrieb ist halt echt räudig, alter. Also finde ich Frontantrieb deutlich angenehmer. Weil da rutschst du halt nicht so krass weg. Du driftest zwar auch mal, aber dein Heck schlägt nicht so aus. Weißt du, wie in diesen amerikanischen Actionfilmen, weißt du, wo Polizeiverfolgung sind und dann siehst du immer, wie das Heck hinten ausschlägt von dem Polizeiwagen. Ich glaube, sowas passiert halt beim Frontantrieb nicht. Oh, da ist eine Leitplanke, alter. Ist ganz schön im Schnee vergraben gewesen. Nicht gut, wenn man da entgegen fährt. Okay. 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 Alles klar. Wir fahren noch dieses Rennen schnell fertig, Leute und dann werde ich auch die Folge beenden und eine weitere aufnehmen. Bama-Bilder, wir bick gebobickst. Was? Schauen wir uns mal den Meisterschafts-Zwischenstand an. Position 4 halt. Oh, jetzt wieder Stir-Young-Sprint-Abbilder. Aber dafür sind die letzten dann alle unterschiedlich vom Aufbau. Jo, gut. Zwischenstand. Ich würde eigentlich gucken, Zwischenstand-Meisterschaft. Hä, ich bin beim anderen Event noch Dritter geworden. Stimmt. Okay. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Hier bei Dirt Rally. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.